Hallo und herzlich willkommen zu den neuen Peer-to-Peer-Kredite-News. Wir sprechen heute um die SDGO Deutschland-Rückholung, die vorläufige Einstellung von neuen Krediten auf Ländermarket, den Wegfall der Gruppengarantie auf der Plattform ViaInvest, enorme Ergebnisse von Exia Funder und wir sprechen über die, in Anführungsstrichen, Finanzdaten der OneDo Finance Group von Swapper. Vor dem Start möchte ich noch auf eine aktuelle Bonusaktion von Freedom24 zur Weihnachtszeit hinweisen, die ich selbst nun schon mehrfach mitgemacht und mit der ich ca. 300 Euro einkassiert habe. Das Ganze ist super simpel, wenn ihr ein bisschen cool rumliegen habt, Geld einzahlen, Gratisaktien mit den Codes aktivieren und gegebenenfalls verkaufen und zack, hoffentlich ein paar hundert Euro gewinnen. Die Aktion läuft bis zum 31.12.2023. Die genaue Anleitung dazu findet ihr im Blogartikel, der in den Shownotes verlinkt ist. Und nun geht's los mit Estate Guru. Ja, die Katze dort ist aus dem Sack. Zuletzt hat es sich schon angedeutet, dass die optimistische Schätzung der Plattform nicht aufgehen wird und nun hat man es auch offiziell bestätigt. Mit Rückholung von Estate Guru Deutschland ist wohl nicht vor dem zweiten Quartal 2024 zu rechnen. Zudem hat man sich wohl mit der Sanierungsgesellschaft Steinberg zusammengetan, die Estate Guru bei der Auflösung des deutschen Portfolios unterstützen wird. Laut Estate Guru stehen rund 50% der deutschen Kreditnehmer wohl mit Steinberg in Kontakt und sind auf eine einvernehmliche und außergerichtliche Lösung aus. 35% der Fälle seien unkooperativ und als schwierig eingestuft. Der Rest läuft entweder normal, befindet sich noch in Bearbeitung oder bereits im Inkasso. Ja, die Lage bleibt allgemein schwierig, jedoch keineswegs hoffnungslos, solange Estate Guru selbst nicht die Biege macht. Schaut man in die Statistik des aktuell laufenden Jahres, dann kann man durchaus von einem Aufwärtstrend reden. Gemessen am ausstehenden Portfolio nämlich sind 2023 lediglich 2% der Kredite in die Einholung gewandert. Das kann ich von meinem eigenen Portfolio bestätigen, denn ich glaube, ich hatte hier in den letzten 3, 4, 5 Monaten nur 2 Ausfälle, an die ich mich erinnern kann. Im Vergleich zu 2022, da waren es 25% des ausstehenden Portfolios und 2021 sogar 35%. Für mich ein Zeichen, erstmal noch dabei zu bleiben und auch erste Estate Guru Deutschland Rückholung weiter abzuwarten. Ja, auch unsere zweite News, die hatte sich schon angedeutet, denn der Primärmarkt auf der irischen P2P-Plattform Ländermarke dünnte sich in den letzten Wochen merklich aus und nun kennt man den Grund dafür. Die P2P-Plattform befindet sich laut offizieller Stellungnahme im Lizenzierungsprozess zur ECSP-Lizenz und wird daher momentan keine neuen Kredite einstellen. Und abgesehen von Credits zu akkrediten und einigen Kreditfeel-Langläufern ist im Grunde auch alles ausverkauft. Innerhalb der nächsten zwei Wochen werden wir wissen, wie es mit der Plattform weitergeht. Eine offizielle Regulierungsstelle würde diese auf jeden Fall mehr als gut tun, wobei ich nicht verstehe, wieso Ländermarke als Konsumkreditmarktplatz die ECSP beantragt, aber auch darauf wird es wohl bald eine Antwort geben. Mein eigenes Portfolio hat seinen von mir anvisierten Höchstbetrag erreicht und wird vorerst nicht weiter ausgebaut. Auszahlen werde ich in diesem Jahr aber auch nichts mehr, denn ich habe mich ja zu der letzten Cashback-Kampagne verpflichtet und aufgrund dieser darf ich glaube ich bis Ende Januar nichts auszahlen, ansonsten bekomme ich halt das Cashback nicht. Von den knapp 7.100 investierten Euro liegen nur noch ca. 2.900 in Credit-Star-Krediten. Der Rest ist mittlerweile auf andere Kreditgeber verteilt. Die News Nummer 3. In der letzten Woche fand eine spannende Telegram-Diskussion rund um die Gruppengarantie auf der lettischen Plattform Viya-Invest statt. Zum Ende kam recht klar heraus, dass es diese seit der Einführung der ABS, also der Asset-Backed Securities, nicht mehr gibt. Zwar sagte das Management, dass man im Falle von finanziellen Problemen eines Kreditgebers dieses unterstützen kann, eine Garantie ist jedoch nicht enthalten. Für die noch laufenden alten Kredite gilt sie aber noch weiterhin. Wie schon so oft hat hier die richtige Kommunikation während der Transitionsphase nicht funktioniert und Anleger wurden nicht richtig informiert. Im Grunde bedeutet das für Anleger, dass man nun genauer auf die Auswahl seiner Kreditgeber, auch auf Viya-Invest achten sollte, denn möglicherweise wird man im Falle eines Ausfalls die Gelder hier nicht mehr zurückbekommen. Wir haben daher die Viya-Invest-Kreditgeber auch direkt ins P2P-Rating für euch mit aufgenommen, falls euch das näher interessiert. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, Infos über die Kreditgeber direkt in den Prospekten auf Viya-Invest abzurufen. Für mich selbst als Investor muss ich sagen, ist das kein großes Problem, denn die Gruppengarantie hat erfahrungsgemäß in den meisten Fällen, wie wir alle wissen, ohnehin nicht funktioniert. Und selbst wenn sie funktioniert, bedeutet das ja auch am Ende nicht, dass sie sofort erfüllt wird. Das ist also für mich eher ein Nice-to-have-Feature. Was für Viya-Invest gilt, das sollte übrigens auch für Twino gelten. Die News Nummer 4. Ungefähr vor einem Jahr habe ich auf der britischen Prozessfinanzierungsplattform Axia Fundar ein vorsichtiges Testinvestment gestartet, welches noch immer läuft. Statt hier in einzelne hochriskante Projekte zu investieren, wo ich das Mindestinvestment von 1.000 Pfund schnell komplett verlieren kann, habe ich in diversifizierte sogenannte Housing Claims investiert. Dies sind viele einzelne kleine simple und berechenbare Fälle gebündelt in einer SPV. Über 1.600 dieser Fälle, ca. 5 Millionen Pfund, hat man bisher finanziert und ca. 250 davon sind bereits abgeschlossen. Über die Ergebnisse darf man aufgrund von NDAs jetzt nicht so viel berichten, aber die Plattform hat es nun selbst getan und die offiziellen Ergebnisse, die sind ebenso beeindruckend wie die in meinem eigenen Portfolio. 20,8% Rendite bekommt man durchschnittlich als Investor aus eben diesen Fällen. Die Laufzeit dieser Projekte beträgt 12 bis 24 Monate, wobei die ersten Zahlungen meist erst nach 6 bis 9 Monaten eintrudeln, was ich aus meinen eigenen Erfahrungen bestätigen kann. Ein bisschen Geduld mitgebracht kann das aber ein sehr lohnenswertes Investment sein. Nachdem mein erster Test nun erfolgreich scheint, habe ich mich dazu entschlossen, weitere Fälle zu finanzieren. Basisinformationen zu ExiaFunder, die findet ihr schon seit vielen, vielen Monaten auf dem Blog. Hierzu einfach in die P2P-Tutorials-Sektion gehen. Damit kommen wir zu unserer letzten News für heute. Vor ca. 3 Wochen habe ich offiziell meinen Rückzug von der estnischen Plattform Swapper bekannt gegeben, der nun auch schon sehr weit fortgeschritten ist. Scheinbar sind auch viele meinem Ruf gefolgt und zufälligerweise liefert Swapper nun einige, in Anführungsstrichen, Finanzdaten der Wando Finance Group, um die Investorengemeinschaft hier ein bisschen zu besänftigen. Auf 13 Seiten hat man eine PowerPoint-Präsentation zusammengeklatscht, anders kann man es wirklich nicht nennen, die den Investoren ohne jegliche Tiefe einige ungeprüfte Informationen liefern sollen. Wenig überraschend läuft hier alles prima, vor allem in den Hauptmärkten Polen und Spanien. Da wird kräftig skaliert kein einziges Wort von den neuen Regulierungsvorgaben in Polen. Zur Erinnerung, Swapper ist hier noch immer die einzige Plattform ohne ein offizielles Statement hierzu. Daneben werden noch zig andere Länder für einen Staat analysiert. Wie gewohnt zeigen alle Graphen bei Swapper nach oben, die wichtigsten Informationen, die fehlen jedoch. Wie ist beispielsweise die Aufteilung bei Wando? Wie viel Geschäft liegt wirklich in welchem Land? Wo ist ein ordentlicher geprüfter Geschäftsbericht? Ich denke mal, Swapper weiß ganz genau, was sie den Investoren hier zeigen und was eben nicht. Damit wünsche ich dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.